Mensch, der hin und wieder auch mal Schadenfreude empfindet? Ah, aber jetzt haben wir was. Schauen wir uns mal an. Wir haben ein Bild von Kevin Großkreuz beim Warmmachen. Da hat es ihn filterlich, er will schon noch. Bumsch! Gibt es dazu. Und da muss sogar Nuri Schahin-Golf lachen. Das wird sicherlich einer der wenigen K.O.-Schläge gewesen sein. Das kann er ab, oder? Ja, doch. Der Kevin ist hart im Leben.